EM-Quali Deutschland gegen Weißrussland und noch viele andere Spiele gleich bei Oddspedia. Oddspedia, the sports betting community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBed an. Ja, hey Chris Custodian. Heute keine NBA, heute wieder mal Fußball. Und wir haben gleich einige Spiele, deswegen fangen wir gleich an mit den Türken gegen die Isländer. Was sehe ich denn da? Eine Quote von 5,1 auf Island und 1,79 auf die Türkei. Sind die denn so hoher Favorit? Scheinbar, aber wie du weißt und was ich dir nicht erzählen muss, dass die Isländer ja die letzten 4 oder 4 der letzten 5 direkten Duelle gegen die Türkei gewonnen haben. Und auch in der Tabelle dieser Gruppe stehen die Isländer noch mit einer Minimalhoffnung auf die EM auf Platz 3. Das heißt, sie müssen in der Türkei gewinnen. Allerdings wird das schwer genug. Die Türkei will natürlich auch zur EM, aber dafür habe ich eine bessere Wette, als jetzt auf irgendeine Mannschaft zu setzen, rausgefunden. Und zwar, dass hier eine Menge Tore fallen oder zumindest mehr als 2,5 Tore. Und da kriegt man eine doch sehr attraktive Quote von 2,09. Radek, das macht absolut Sinn, denn Island kann sich nicht leisten, defensiv zu spielen. Die müssen Tore schießen. Die Türkei kann Tore schießen. Über 2,5 Tore bei dieser Quote auf jeden Fall eine sehr gute Wette, finde ich. Und ich habe das hier schon als Prediction mal eingeloggt. Dann können wir nämlich weitergehen zum nächsten Kracher dieses 14. Novembers. Und zwar, die Tschechen empfangen den Kosovo. Oh, der Kosovo in Tschechien. War da nicht irgendwas mit Tschechien und dem Engländer? Könnte sich das gleich wiederholen mit dem Kosovo? Ja gut, die Tschechen haben überraschenderweise zu Hause England 2 besiegt und wir hatten eine Wette auf Tschechien. In dem Fall wage ich jetzt keine Wette auf die Tschechen mit 1,7. Denn Kosovo in der Tabelle Dritter fasst punktgleich ein Punkt dahinter, hinter den Tschechen. Die können noch zur EM fahren und das wäre eine Premiere für das kleine junge Land. Und ich schätze, die werden sich hier aufopfern in der Tschechei und alles geben. Die Tschechen ebenso. Ich denke, auch hier könnte man durchaus auf ein paar Tore setzen. Und wenn man die Quoten anschaut, ist da auch mit 1,88 durchaus eine gewisse Attraktivität dahinter. Für mich zumindest gut genug, um das auch einzuloggen. Gefällt mir. Gefällt mir diese beiden Torwetten. Weitere Spiele haben wir ja auch noch morgen Donnerstag. Und zwar hätte ich mir zwei Tipps von diesen Spielen noch rausgesucht. Das eine wäre Frankreich-Mondawien gewesen. Auch Frankreich, oder? 1,02. Und das andere ist Serbien-Luxemburg. Und da würde ich zweimal sagen, wer hier unsere Länderspiel-Videos gesehen hat, kennt meine Strategie, die auch von den letzten 14 Betten zwölfmal erfolgreich war. Ich setze auf über 1,5 Tore bei einem Spiel Hausrohr-Favorit gegen Underdog. Der Underdog kann nur eine Halbzeit mithalten und in der zweiten nicht mehr. Dementsprechend fallen mindestens 1,5 Tore. Gibt bei dem Spiel Serbien-Luxemburg eine Quote von 1,8. Und bei dem Spiel Frankreich-Moldawien gibt es eine Quote von 1,4. Gefällt mir beides sehr gut. Und weil der William Hill gerade die Spendierhosen anhat, gibt er dir sogar eine 1,85. William Hill helft mir dabei, beim Spiel Serbien gegen Luxemburg reich zu werden. Was hast du denn vor? Naja, die anderen Spiele schenken wir uns jetzt mangels Zeit und wesentlich attraktiveren Begegnungen. Und da finden wir dann hier beim Spiel Bosnien-Italien doch ein relativ interessantes Duell. Nicht unbedingt, weil beide Mannschaften jetzt hier unbedingt was abbrennen müssen. Denn die Italiener mit sage und schreibe 8 Siegen aus 8 Spielen sind ja da schon uneinholbar weiter oder qualifiziert. Und die Bosnierer mit 10 Punkten können, naja, wenn sie jetzt hier noch zwei Siege einfahren, beziehungsweise die haben ja doch noch zwei Spiele, sorry, ist hier ein bisschen klein dargestellt, haben noch eine Minimalschance, die sie natürlich nutzen wollen und jetzt den Heimvorteil haben. Ich denke, die Italiener werden nicht ihre besten Spieler rüber nach Bosnien schicken. Und von daher auch hier für mich eine Wette, bei der ich entweder auf Bosnien gehen würde, weil, wie gesagt, Italien es nicht mehr so nötig hat, oder auch davon ausgehe, dass hier mehr als 2,5 Tore fallen, eben, weil die Italiener nicht die besten Spieler an den Start bringen vielleicht und es nicht mehr nötig haben zu gewinnen und Bosnien durchaus es noch nötig haben könnte und alles geben wird vor heimischem Publikum, sind sie natürlich super motiviert. Die Quote von 1,95, auch hier absolut Zucker. Und deswegen lasse ich mich da nicht lumpen. Ich merke schon, du bist richtig torgeil. Mir gefällt die Torwette besser als der Sieg auf Bosnien. Ich bin auch der Meinung, dass Italien das jetzt nicht gewinnen muss, auch vielleicht Spieler schont. Auf der anderen Seite, die hatten in den letzten Jahren so viele Enttäuschungen. Acht Siege in der bisherigen Qualifikation. Vielleicht sagen sie, sie wollen full metal zehn Siege rausholen am Ende der Quali-Runde. Ja, können sie natürlich machen, aber Hauptsache es fallen viele Tore und dann spielen die Italiener hier mit, dann gibt es ein 2 zu 2. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass eine bosnische Mannschaft hier irgendwie auf dem 0-0-1-0 und sowas spielt. Das ist nicht deren Stil. Also, why not? Bin ich bei dir. Ja, wenn ihr Tipps dazu habt, Anmerkungen, dann unten rein in die Kommentare. Auf keinen Fall Daumen runter, Daumen nach oben. Ich meine nur unten in die Kommentare kommentieren. Ansonsten, was haben wir noch? Spiele am 16. November. Da spielen nämlich auch die Deutschen. Vielleicht interessant auch noch das Spiel der Belgier in Russland. Chris. Ja, also da müssen wir jetzt auch mal ganz kurz auf die Tabelle schauen. Du müsstest nach unten scrollen, ganz genau. Belgien kann es genauso machen, wie die Kollegen aus Italien, die komplette Runde jedes Spiel gewinnen. Denn Russland, offensichtlich das eine Spiel gegen Belgien verloren, ist genauso sicher in der EM dabei. Also wirklich starke Leistung. Die Gegner sind jetzt nicht ohne. Da bedeuten sieben Siege bei acht Spielen schon eine Menge. Jetzt haben die Russen ein Heimspiel. Und wenn du hier die letzten Ergebnisse einfach nimmst und auch die russische Mannschaft ein bisschen kennst, die spielen schon gerne nach vorne, Belgien sowieso. Hier ist die Frage, kriegen wir eine gute Quote für Über-Tore ein weiteres Mal? Oder sagen die Buchmacher da von vornherein, das geht zu hoch aus? Ja, 1,83 ist auf jeden Fall auch absolut im Bereich des Möglichen. Weil, wie gesagt, es sind ja ein paar Spiele, bei denen geht es nicht mehr um allzu viel für die Mannschaften. Die können befreit aufspielen. Und was macht man bei einem Länderspiel, wenn man irgendwo hinfährt mit ein paar Jungs, die sich beweisen wollen? Natürlich wird da ordentlich Party gemacht auf dem Feld. Und vielleicht auch danach, gerade die Russen, die waren ja da bekannt dafür, oder? Mit Coca-Rausch und so. Da war der Name Programm. Ganz genau. Ja, wir sollten uns vielleicht in Torpedia nach diesem Spieltag umhänden lassen, außer es fallen keine Tore. Ja, dann No-Goal-Torpedia oder so ähnlich. Gut, dann haben wir noch ein Spiel auf der Rechnung, nämlich mit Deutschland. Weißrussland natürlich, die Deutschen. Hier hoher Favorit. Nicht so hoch wie die Franzosen gegen die Moldawier. Wobei, da tut man wahrscheinlich den Weißrussen ein bisschen unrecht. Und die Deutschen können ja gegen jeden mal stolpern. Aber nicht so gegen die Weißrussen wahrscheinlich. Ne, also da ist Weißrussland definitiv zu schwach für. Die Quoten sagen es ja. Deutschland hat jetzt schon länger keine so richtig guten Spiele mehr abgeliefert. Vielleicht schauen wir uns einfach mal die letzten Begegnungen an. Auch der deutsche Kader ist rein von den Namen her sicherlich keine Mannschaft, die einem anderen Spitzenteams Angst machen würde. Aber für Weißrussland sollte es doch reichen. Im letzten Spiel gab es einen 3-0-Sieg gegen Estland. 0-0 zur Halbzeit. Das 2-2 gegen Argentinien. 2-0 geführt, hätten sie aber auch verlieren können. 0-0 auch zur Halbzeit gegen Nordirland. Und ja, lang, lang ist her. Das 8-0 gegen Estland. Und das waren halt auch nur die ersten. Also aus diesen Ergebnissen kannst du nicht wirklich was ableiten. Man braucht jetzt auch Weißrussland nicht stark reden. Auch wenn es das schöne Russland ist, wie du immer so schön sagst. Ja, das weiße Russland zumindest. Bela ist ja auch eigentlich schön. Was mir aber auffällt, natürlich haben sich die Weißrussen in Spielen gegen die Niederländer oder auch gegen Wales teuer verkauft. Da dachte man wahrscheinlich, die wären abgeschlachtet. Wurden sie aber nicht. Und Ähnliches könnte man jetzt bei Deutschland auch erwarten bei der Quote. Und bei solchen, da haben wir das klassische Bayern-München-Phänomen. Deutschland haushoher Favorit, ohne wirklich gegen schwächere Teams auch so krass überzeugt zu haben. Auch keine besonders super stark eingespielte Mannschaft. Auf der anderen Seite halt Weißrussland, die auch schon gegen vielleicht sogar ein bisschen stärker einzuschätzende Holländer sich teuer verkauft haben. Sollen wir hier gegen unsere Deutschen wetten? Oder was fällt dir da ein bei einer Quote von plus 3 Asian Handicap? Die Quote ist natürlich 1,91. Also, die, vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter runterscrollen, also, ob Deutschland mit vier Toren gewinnt und dafür kriegst du dann eine Zweierquote, da würde ich ja sogar eher auf Weißrussland tendieren. Allerdings muss man jetzt auch, wie gesagt, die Weißrussen nicht stark reden. Und bei Deutschland, das kann es ja schon sein, dass die vielleicht jetzt endlich mal einen raushauen und wenn sie vielleicht ein cooles Tor schießen, wer weiß das so genau. Ich bin bei dem Spiel vor allem wieder interessiert bei meinem Lieblingstipp, was passiert denn, wenn über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit fallen. Und du zeigst hier eine potenzielle Mannschaft. Da sind, von den Namen her, wüsste ich nicht, warum die das 4-0 gewinnen sollten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum, ich meine, Marco Reus angeschlagen sowieso, ich glaube jetzt gar nicht mal, dass der mitspielt. Warum sollten Luca Waldschmidt und Co. Tore schießen und Serge Gnabry braucht ja auch mal eine Pause. Vielleicht experimentiert Löw sogar bei diesem Spiel. Ja, das würde ja für ein Asian Handicap auf die schönen Russen klargehen. Und warum machen wir es nicht einfach? Ich meine, wir sind ja jetzt hier da, um Tipps abzugeben und wir sind uns beide einig, dass wir den Deutschen weniger einen Sieg mit 4 Toren zutrauen, als jetzt Weißrussland, dass sie es vielleicht spannend machen. Aber siehst du dann nicht eine 3,25 Interessante, dass wir die Hälfte gewinnen, wenn es dann 3-0 ausgeht? Es gibt immer noch eine 1-7. Nee, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu kompliziert. Deswegen hier Weißrussland plus 3. Das heißt, Deutschland gewinnt 2-0, 3-1. Ja, sowas in der Art. Ja. Und dann lass uns aber bitte noch anschauen, was passiert, wenn über 1,5 Tore fallen in der zweiten Halbzeit. Weil vielleicht schießen die Weißrussen genau da ihr Ding und Deutschland dann auch. Möchte ich einfach nur... Ja, um das Video jetzt nicht schon bei 13 Minuten enden zu lassen, sondern bei noch ein bisschen den Zuschauern ein bisschen extra Time zu geben und uns ein bisschen Screen Time. Ihr könnt ja schon mal den Daumen nach oben da lassen und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und eure Tipps in der Zeit auch in die Kommentare reinschreiben, damit hier die Zeit nicht umsonst war. Überlegen, was macht ihr als nächstes? Ja, also 1,5 gibt es hier. Das kannst du ja dann mit deinen Franzosen kombinieren. Einlocken. Sonst haben wir jetzt umsonst das in die Länge gezogen. Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Wurde jetzt leider wieder nicht alles da reinkopiert, aber wir können es ja noch rekapitulieren. Wir hatten auf jeden Fall über 2,5 Tore bei Russland-Belgien, dann über 2,5 Tore bei Tschechien-Kosovo, über 2,5 Tore bei Bosnien-Italien und über 2,5 Tore bei Türkei gegen Island. Und dann halt Asian Handicap plus 3 auf die Weißrussen und Chris Over 1,5, zweite Halbzeit bei Serbien. Gegen Luxemburg. Und eben bei Deutschland. Langzeis gegen Moldawien und Deutschland gegen Weißrussland. Ja, ist doch schon mal etwas. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal nach dem Deutschland-Spiel für das darauffolgende Deutschland-Spiel. Ciao. Otspedia. The Sportsbetting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Wstoffabschreibung. Acht��. Und dann... W sigui... Die war eine magische Verpackung der Wordção. wird das 3,6 resumes affordhä 그랬chen.